Musik Der MGV Eintracht Weyer hat es mal wieder geschafft, ein Konzert der besonderen Art auf die Beine zu stellen. Unter der Überschrift Gospel Café versammelten sich vier Chöre und eine Solistin in der Volkshalle Weyer und boten über zweieinhalb Stunden zwar geistlichen, aber doch sehr rhythmischen Chorgesang. Das Publikum kam nicht umhin, voller Begeisterung den Rhythmus mitzuklatschen. Das Institut für musikalische Ausbildung. Also zwischen diesen beiden Tönen bitte nicht trennen. Qualifizierter Unterricht für Gesang, Klavier und Kirchenorgel sowie Musiktheorie, Tonsatz und Gehörbildung. Institutsleiter Magister Atriumkantor Michael Haripotz bietet darüber hinaus auch die Chorleitung an. Ich biete zudem an, auch Leute für Prüfungen, kirchenmusikalische Prüfungen, Organistenprüfungen, liturgische Gesangsprüfungen oder Chorleiterprüfungen vorzubereiten. Auch bereite ich Leute für Aufnahmeprüfungen an staatlichen Hochschulen und Universitäten vor. Von der Renaissance bis zur Avantgarde, von der ernsten Musik über Jazz, Musical bis zum Pop. Qualifizierter Unterricht im Institut für musikalische Ausbildung. Es ist schon schön zu sehen, dass trotz des Sterbens zahlreicher Chöre der Chorgesang immer noch sein Publikum, seine Zuhörer findet. Trotzdem ist es für die Chorleiter und Vorsitzende heute nicht leicht, neue Mitglieder zu gewinnen. Natürlich, das ist besonders von Männerchöre, aber ich sage immer, jemand muss weiter singen. Das ist ganz richtig. Und junge Leute interessieren diese Zeit, muss ich sagen, ehrlich, ein bisschen andere Musik. Aber ich sage, man muss nicht vergessen, alte Lieder, was alte Leute schon singen und Volkslieder besonders. Ich sage, ich muss immer diese Musik mischen, nicht zum Beispiel dieserischen Gospel singen oder zum Beispiel Popmusik. Ich sage, kommt ein Publikum und einige wollen diese Lieder zu hören. Deswegen muss alle zusammen Spaß haben und das muss schon etwas fairer sein, muss Antworten geben von meiner Seele. Dann kommt zusammen, das geht wirklich alles zusammen sehr gut. Wollen sie neue Sänger gewinnen, müssen Chorleiter heutzutage ein breites Repertoire an Stücken vorweisen. Von den klassischen Liedern über Volkslieder bis hin zu den modernen Pop- und Rockgesängen. Der MGV Eintracht kann glücklicherweise seine Mitgliederzahlen stabil halten, wenn nicht sogar steigern. Zunächst mal bin ich ja jetzt erst seit September hier in Vertretung meines Bruders, der erkrankt ist und habe mich auch gewundert, dass ein, zwei Neuzugänge da sind. Das liegt einfach auch daran, dass, glaube ich, der Männerchor hier sehr gut verwurzelt ist in dem Ort und die Leute einfach ihren Chor kennen. Das ist nicht in allen Orten so. Ich habe schon feststellen müssen, dass man Ortschaften hat, in denen verzweifelt nach dem Chor gesucht wurde, der aber schon 150 Jahre dort existiert hat. Wir haben das Glück, in Anführungszeichen hier in Weihe, dass wir auch begeisterte Sponsoren haben, die den Verein unterstützen. Dank dieser Sponsoren kann sich Eintracht Weiher zwei Chöre und zwei Dirigenten leisten. Den Männerchor und den gemischten Chorsinfonie mit den beiden Dirigenten Christoph Hilfrig und Ilyas Lobudinsky. Christoph Hilfrig mit seinem Männerchor Eintracht Weiher und dem Ensemble Chantarelle wagt dabei, ganz neue Wege zu gehen. Ich habe da ein neues Konzept, sage ich mal, entwickelt, um bekannte Melodien attraktiv zu machen, in ein neues Design quasi zu bringen, indem ich zu einem bestehenden Männerchor-Titel noch einen Hintergrund-Backgroundchor komponiert habe, sodass dieses gut bekannte Stück mit seinen Originalharmonien und dem typischen Männerchor-Klang zum Beispiel erhalten geblieben ist und trotzdem ein neuer Klang entsteht, in dem nämlich im Hintergrund dann noch weitere Töne zu hören sind. Und dieses Repertoire ist jetzt vor kurzem erst entstanden und wir sind seit etwa drei Monaten oder zweieinhalb Monaten dran, diese Stücke zu erarbeiten. Von Friedrich Silcher in der Schränke, da habe ich einen Frauenchor, der das Geschehen kommentiert. Die Männer sitzen in der Kneipe und trinken sich ein und reden so, als ob sie das alles im Wohle der Frau, zum Wohle der Frau tun. Und die Frau, die schimpft dann vom Hintergrund, ja sozusagen wie eine Sprechblase eingeblendet, sozusagen. So denk ich dir zu Ehren geschieht, doch wie zu Ehren betrunken, ganz ohne Maß und Ziel. Obwohl Christoph Hilfrig vor diesem Konzert über vier Wochen krankheitsbedingt ausgefallen war, ist ihm dieses Experiment belungen. Das Publikum war begeistert. Aber auch Christoph Hilfrig sucht dringend neue Sängerinnen und Sänger für sein Ensemble Chantarelle, der aus diesem Grund sogar seinen Standort, seinen Probenraum von Aumenau nach Runkel verlegt hat. Weil wir in Aumenau wenig Zuwachs hatten, dann nach anderen Ortschaften hin zu orientieren. Und im Moment probt der Chor in Runkel in der Senckenberg-Schule. Also wir sind acht Frauen, acht Männer im Moment. Wir suchen händeringend noch weitere Mitsängerinnen und Mitsänger. Also wenn ich auf diesem Weg dann nochmal Werbung machen kann. Wir proben sonntags, vormittags um halb elf in der Senckenberg-Schule in Runkel. Also das Repertoire unseres Chors ist breit gefächert. Geistliche und weltliche Musik und wie gesagt Popmusik. Da ist alles von allem etwas dabei. Eintracht Weyer ging mit seinem Gospelkonzert ebenso einen neuen Weg und hat in seinem Konzert auch ein Solostück mit der Mezzosopranistin Angela Ottersbach eingebaut. Die Stimmung im Saal war hervorragend. Das Publikum klatschte und sang begeistert mit und spendete frenetischen Beifall. Eintracht Weyer war dankbar und freute sich seinerseits gleich das nächste Chorereignis anzukündigen. Ein sehr interessantes Konzert steht noch an, am 21.09. Das machen wir jetzt seit drei, vier Jahren. Und zwar kombinieren wir das Singen, Weinprobe und Essen. Das Essen selbst wird also von unseren Frauen zubereitet und auch serviert. Für die Weinprobe engagieren wir immer einen renommierten Winzer. Der Winzer erzählt über die Weinprodukte und wir begleiten das dann immer zwischendrin mit unseren beiden Chören. Wie gesagt, Wein, Essen und Musik. Das ist schon irgendwie eine tolle Hausnummer. 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 Das ist schon irgendwie eine tolle Hausnummer.